UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Es ist sehr brutal und gefährlich. Mit einer Technik so schwieriger Abfahrt gibt es sonst nichts. Du musst immer genau wissen, was du tust. Das ist dabei das Wichtigste. Wenn du einen kleinen Rückzieher machst, dann ist es am gescheitsten. Du schnallst ab und gehst nach Hause. Es braucht Kraft, denn Konzentration um etwas zu gewinnen, von was man eigentlich Angst hat. Ich bin gespannt, ich freue mich wirklich. Bye! Wir lieben dich! Der Sturz war eigentlich ein sehr kleiner Fehler. Ich hätte sterben können. Das ist eine Drahtwanderung. Das ten Tag hat sich geschehen. Wir brauchen einen Schlag, dann brauchen wir nachdenken über die nächsten Meter. Wir werden das nicht mehr tun. Hoffentlich geht das gut aus. Ja, wir haben einen Rrémen. Streif. One hell of a right.